Reinhardt Reinhardt sagt ihr was ist Röntgen ein Vogel ein Vogel wie der Hochzeit woher erzählt mir von diesem Reinhardt gut ach in Leicester ja 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 Sheriff ich weiß dass da das Downstay-Buch das ist das was meint hier ist da Schärer ja das war unsere Nachricht dass wir dieses Buch entwendet haben und dann siehst du von der Linke das war die erste Stadt die wir besucht haben für unsere Tutorial ihr seht ja das ist die Flage von Prinz John das ist die von Kürtke Richard ja und das heißt die Burg gehört jetzt uns sozusagen unsere Verbündete und die gehörte Gegner das sind unsere Feinde das wird nur ein Leben machen wir auch ja Ravitspate Gotto mit von Guy von Gisborne in Leicester gefangen genommen er muss befreit werden und die Probe besitzt das ist ja auch gleich tun die bis zu ihr oder die sich nicht nachdenken zu machen auch dem Willi Bats und und natürlich geben wir auch Starliebens der Broters einfach weil der die Träger hat du musst könntest du auch du könntest wollen nun so so was steil nun gut august war unser Heiler so wüssten der Lärmö Köln ausgestattet ich weiß es aber egal der wird ja nie ist auch mit du musst du nur nutzen haben da der herrliche Nachricht die ich umgeben macht ob er aus dem der Weg nach rechts was wir alles so schönes geschafft haben das war acht Pfeiler zwei Beutel zwei Steine zwei Äpfel fünf Keulen acht Räuter zwei Netze und zwei Kampferfahrungen ja und wir haben 71 Leben prozent verschont schön, schön, schön wo schaffe ich dich hin oh Gott, gib mal ein Versuch mit unserem Metamagier Percy Fischer aber eigentlich könntest du mal leveln gehen Percy okay, okay und dann gehen wir mal auf die Mission im nächsten nee, nicht im nächsten Part das wäre ja ein Mini-Part gehen wir auf die Mission ja, ich möchte sie starten Robin ist also zurück in Lincoln der Ort wird von Gispawns Männern gehalten dieser hinterländige Mann ist sozusagen die rechte Hand von Prinz John Sir Godwin wird in seinen eigenen Kerkerissen gehalten er und seine Männer müssen befreit und Guy von Gispawn aus der Burg vertrieben werden ja Guybrush, du bist Laien ah ne, das war jemand anderes egal, egal egal hey, hey, hallo hier bin ich wieder ja, plötzlich mit drin im Part wird hier angekündigt liegt daran ich habe beim letzten Mal halt noch das gerade drangehängt und glücklicherweise habe ich dann gecutt weil, ja, es ist ja doppelt warum auch immer ich hoffe einfach, es ist jetzt nicht doppelt ich werde jetzt einfach mal hier rumlaufen und, keine Ahnung ich gehe erstmal den Bettler bestechen oh nein, 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 nein ich bin nicht hier ja, hier spielen wir wieder Robin Hood wir sind einige Taler bestechen wir ihn erst mal komplett jetzt sollte es nicht mehr doppelt sein ja, ich habe Panax ausprobiert Pagger und ein großes X das Programm hat immer Ärger gemacht ich war gerade nicht sicher, ob der schon im letzten Ratten gegeben hat oder nicht äh, hat er wohl nicht okay, dann was brauchen wir als nächstes Netz wäre nicht schlecht ja, gehen wir mal hin holen wir uns noch ein Netz noch warten, bis der da hingeht ganz gechillt und dann werfen wir oh, ich habe nur den Eingang getroffen komm schon, Kleiner auf geht's, Shaggy so wir haben dich zwar geschlagen, aber du scheinst drauf zu stehen ah, es ist sehr mutig von euch den Armenbauern zu helfen und sie zu schlagen ja, das ist es wohl wahr das ist total mutig, schwächere Menschen zu schlagen das mache ich jeden Tag klar fesseln die dann noch und das Netz hat so gar nichts gebracht trotzdem haben wir es mal eingesetzt aber wir können es vielleicht hier gebrauchen das sind noch ein paar komische Leute study ja, komm wenn Sir Godwin gefangen genommen wurde fällt mir nur ein Ort, an dem er sein könnte ja, im Gefängnis wo sonst da ist er höhö, Goddi schmeißen wir ins Netz und haben alle getroffen super rennen wir rüber holen uns hier die Steinchen und lesen die Nachrichten okay nein, niemand kann dir helfen ist hoffnungslos okay so weit, so gut alle versammeln dann haben wir noch ein paar Kräuter liegen okay wir haben ja aufgetankt in Sherwood und brauchen nichts dann geht schon mal vor geht hier hin das ist schnell genug Johnny nein sie gehen warum läufst du nicht weiter ihr denkt euch wahrscheinlich jetzt acht der doofen Dayfair der hat es jetzt nicht gepeilt dass er irgendwie so klickt hat oder so und er wird deswegen nicht weitergelaufen ist aber naja muss ich wohl mitleben obwohl ich mein Geldbeutel bei denen angebracht habe ja ich gebe euch ein bisschen Geld komm, das wollt ihr doch weil du kommst, gell? ja, da läuft er tödödödödödödödödödödödöd. Guckt mal da. Ah, Geld. Ha, 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 ha. Okay. Wo haben wir denn unser Geld? Da. Da. Uh. Geld, 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 Geld. Okay, dann fesseln wir euch alle. Hm? Der dritte. Und der vierte. Und der letzte, der fünfte. Dann versammeln wir alle unsere Leute wieder hier. Um es mal ganz praktisch, die so parat zu haben. Wo man gerade am schaffen ist. So, ähm. Wir wissen es noch, ja, vom ersten Mal, ja, als wir hier unser Tutorial hatten. Wir sind ja gar nicht durchs Burgtor gegangen, wie wir sollten. Wir sind hier hinten lang gegangen. Über die Mauer. Genauso werden wir das jetzt wieder machen. Allerdings können nicht alle klettern. Ich glaube, also Robin kann klettern, ja. Will kann, glaube ich, auch klettern. Der müsste auch klettern können. Ich kann Studley klettern. Gucken wir mal. Ja. Denn ich kann Wills klettern. Ja, okay. Das heißt, John muss hier vor dem Burgtor warten. Du bist zu krankig. Ja. Um da lang zu klettern. Alle anderen können mit. Ah. Ja, eigentlich muss ich Studi mitnehmen. Weil er ist ein Backbrother. Und das geht nicht an, wenn ich den jetzt hier allein lasse. Ja. Hm. Dann gehen wir mal vor. Wilma, du bist dran. Im Echo-Part kam Wilma vor. Ja. Falls ihr diesen Part geskippt habt, weil der euch so angepisst hat wie drei Flundern auf Ecstasy. Dann verübele ich euch das nicht. Dann kann ich euch sehr gut verstehen. Hätte mich auch und ich hätte ihn auch übersprungen wahrscheinlich. Ja, allerdings, wir haben ja jetzt ein Part rausgefunden, dass Wilma eine Wilma ist. Ja. Und dass dieser Soldat jetzt einfach mal so umfällt aus heiterem Himmel und Wilma hier sich reinschleicht. Ja. Wilma ist die beste Assassine von allen. Komm und teste meinen Morgenstern. Hände nach dem anderen. Wilma kann dann hier lang. Okay. Okay, okay. Uh, der ist schon orange. Das heißt, der ist besser. Das ist die anderen. Ja, ich will mögen. Und dann geht es. Hier weiter. Na? Na? Geht doch. Komm und teste meinen Morgenstern. Ja, hier dürfen wir wieder alles töten. Wir lassen es natürlich, ja, weil wir sind Robin Hood, beziehungsweise wir sind Wil, im Moment. Aber da Robin dabei ist, ja, wir versuchen mal ein paar Leben zu lassen. Aber ich kann nichts garantieren. Tut mir leid. Hm, ihr seht's ja. Ich kann nichts garantieren. Ach, das Leben ist grauenhaft. Ständig schlafen die Wachposten ein. Und Zugbrücken, die wie von Geisterhand plötzlich einfach so sich auslösen. Das Study wurde entdeckt. Na, nur so halb. Ah, das war die vom Anfang, wo wir wachsen gelernt haben. Hm. Muss so gewesen sein. Hier könnten wir auch ein Netz gebrauchen. Haben natürlich keine mehr. Ich könnte auch zurückgehen und das wieder aufheben. Aber dann müssen wir die Träger ausscheiden. Wir lassen ihn erst mal am Netz. So, Johnny darf rein. Und zack. Hier geht's rein. Okay, der ist auch erst mal K.O. Letztliche Zeit haben wir genug Zeit. Und Stadley darunter.